Ihr müsst noch etwas richtigstellen vor letzter Woche, denn ein aufmerksamer Zuschauer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich, als ich letztes Mal behauptet habe, es seien 500'000 Leute im Overwatch gebannt worden, dass das nicht ganz akkurat ist. Und zwar, es sind 500'000 Leute bestraft worden, aber das beinhaltet nicht nur Bands, sondern auch Chat-Restrictions und kleinere Bestrafungen. Ergo, wollte ich das auf kurze Richtung stellen, denn wir befinden uns hier in Team-Time noch nicht in der postfaktischen Zeit. Und diese Woche, da wir jetzt schon ein kleines Verknüpfung hatten mit der letzten Woche, bleiben wir gerade ein wenig bei diesem Thema. Ich hätte gerne über etwas Positives und anderes gesprochen, wie zum Beispiel die LOL Worlds, die noch vor der Tür steht, aber da haben wir auch später noch Zeit. Kommen wir noch mal zu ein bisschen, also ein Dendum zur letzten Woche. Es hat es nämlich wieder jemand geschafft, Faden gerade in Fettnäpfchen einzulaufen, was das Thema Kommunikation und Vorbildfunktion angeht. Und dieses Mal sind es eben nicht Spieler oder Einzelpersonen gewesen, sondern gerade eine ganze Firma. Aber ich will nicht vorne weggriffen, gehen wir von vorne an. Das ganze Drama dreht sich um den Streamer Tyler1. LOL Spieler, die jetzt dazuschauen, werden es wahrscheinlich den Namen schon mal gehört haben, das ist eine gute Chance. Er ist ein One-Trick-Pony-Draven-Spieler, spielt immer genau den gleichen Charakter und spielt in Nordamerika in der Challenger League. der höchsten Stufe, in der man in LOL spielen kann. Jetzt, er hat ein bisschen ein Problem mit seinem Anger-Management-Issues, kann man es nennen. Er ist ein sehr toxischer Spieler, insofern, dass er selber von sich behauptet, er ist der most toxic player in NA. Okay, wie ist es dazu gekommen, eben, er spielt immer nur den gleichen Charakter und wenn irgendetwas nicht nach seinem Gusto läuft, sei gesagt, er kriegt seinen Charakter nicht oder ingame machen seine Teammates nicht das, was er will, usw. Dann neigt er dazu, sie hardcore zu flamen, ihnen den Tod zu wünschen, etc., Cancel, was auch immer, und sauber Arbeitsfeiden. Wenn ihr den Begriff Run it down mit schon mal gehört habt, das ist von ihm massgeblich geprägt worden. Er verkauft dort nämlich seine Items und rennt einfach so lange hinter Gegner, bis sie so viel Gold und XP von ihm bekommen, dass sie ein eises Game gewinnen und sein Team verlieren. Und eine nette Persönlichkeit, also. Gut, das wäre ja nur ein kleines Problem, wenn es einfach nur irgendjemand wäre, der sich daneben benennen würde. Jetzt, da er aber auf so einem hohen Niveau spielt, kommt er in Kontakt mit Riot-Mitarbeiter, anderen Streamer und Professional-Spieler. Und genau dort kommen wir zu einem Problem, weil der Midios, ein Profi-Spieler, Changlo, er hat lange bei Cloud9 gespielt, hat ihn vor einer Zeit einmal ein Call-Out gemacht, hat ihm eben gesagt, hey, schau dir mal da, der benimmt sich völlig daneben, was soll das, riesen Arschgutzi und so weiter. Was hat aber leider ein bisschen den Streisand-Effekt gehabt und hat dazu geführt, dass seine Bekanntheit und Beliebtheit durch Decki ist und er hat ganz, ganz viele Leute gefunden, die das super toll finden, sein Verhalten, und ihn unterstützt haben in dem. Und dadurch ist sein YouTube-Channel richtig schön durch die Decke. Ich meine, er hat immerhin fast eine halbe Million Subscriber. Also, jetzt haben wir das Problem, dass das nicht nur ein kleiner Streamer ist, sondern jemand, der plötzlich Bekanntheit hat. Und das war ein riesen Drama für Riot, weil sie ihn bannen mussten. Und das hat aber nicht geholfen, weil nachdem sie eine Band hatten, hat er einfach wieder einen neuen Account gemacht, bis er wieder auf einem hohen Level war, dann haben sie wieder Band und so weiter. Und das haben sie sagen und schreiben 20 Mal gemacht, weil irgendwie ist bei ihm nicht in Schädel, dass sein Verhalten vielleicht falsch ist, ganz im Gegenteil, er hat sich wahrscheinlich bestärkt gefühlt, dass die Community eben so hinter ihm steht. Jetzt, Brück zu heute, der Sonntag, hat nämlich ein Riot-Mitarbeiter sich über den Tyler geäussert. Lang, lang nachdem das Drama eigentlich alles so richtig losgegangen ist. Und zwar hat er auf dem offiziellen Discord mit seinem offiziellen Riot-Account in einer Diskussion über den Tyler gesagt, oder ihm gewünscht, der Tod gewünscht, der Sterbe an Cancer, oder an er noch überdust sein Koks, oder was auch immer. Also beziehungsweise nicht gewünscht, aber er hat gesagt, es wäre besser für Riot, wenn das so passieren würde. Dann hätten sie keine Probleme. Und das hat halt zu einem kleinen Shitstorm geführt, zu Recht, weil wer kommt schon auf die Idee, so wie es dämlich zu behaupten? Und das hat natürlich dann auch zur Folge gehabt, dass der übliche Social Media Tango stattgefunden hat, vorwege zuerst, ah nein, das ist meine Meinung und dann, uh, ich repräsentiere aber nicht Riot, sondern das ist nur meine persönliche Meinung und dann zurückkrebsen mit so einer schönen, konstruierten Entschuldigung, so, oh, es tut mir leid und ich weiss und das ist meine Meinung und blablabla, blablabla. Und wie man es halt kennt, die üblichen Schleimscheisser-Entschuldigungen und dann am Schluss natürlich noch Riot, der gefunden hat, uh, wir schauen dann noch intern, was da geht. Aber ich meine, wie supertämlich muss man sein, wenn man auf dem öffentlichen Discord mit seinem offiziellen Riot-Account in einer Diskussion so etwas vom Staaten lässt und dann probieren zu behaupten, ja, das ist nur meine persönliche Meinung, das vertritt nicht Riot. Ich meine, offizieller hätte man es nur machen können, wenn der Freak, dass die Message sich aufs Foodie tätowiert hat und seinen Arsch in die Kamera gehalten hat, Underworlds. Hä? Anyway, was ich eigentlich will rausgehen ist, letztes Mal haben wir uns darüber gehabt, dass die Communities anständig verhalten müssen und dass die einzelnen Spieler sich vorbildlich verhalten müssen. Aber, liebe Leute, das funktioniert aber genauso auf der anderen Seite, wenn für die Firmen, wenn denen ihre Mitarbeiter, wenn die Firmen nicht selber hinstellen können und die Vorbildfunktionen können annehmen und durchführen, wie willst du denn deine Community und deine Leute, die in dieser Community auch sonst Content Producers, Pros, was auch immer dazu bringen, ein Vorbild sein? Also, es nervt mich so total. Ich meine, klar, auf die einen Seite ist es immer schlimm, viele Social Media Shitstorms etc. sind überblosen, aber da ist einfach eine Linie. Wenn man Professionalismus oder professionelles Verhalten erwartet, dann muss man es selber am Tag legen. Ich kann hier auch nicht alles sagen. Ich kann vieles sagen, aber es ist trotzdem, wenn ich jetzt irgendwie über irgendein anderes Team in der Schweiz herziehen würde, dann würden auch die Leute kommen und sagen, oh, aber der ist doch bei Main Sanity, was läuft da? Das muss man sich einfach bewusst sein. Und ich meine, der ist nicht seit gestern bei Riot, der Typ, das ist ein hoher Riot-Mitarbeiter, also wirklich einer vom Fixed Team. Und, es ist einfach traurig. Und wisst ihr, was das Schlimmste daran ist? Und da kommt jetzt eben der Double Whammy. Das ganze Drama war 2016. Im Laufe von 2016. Und der Comment jetzt war Ende 2017. Und wisst ihr, was die Antwort war von Tyler? Der hat es relativ gechillt genommen. Er hat gefunden, ja, es ist mega schade, ich bin jetzt reformed, ich tue jetzt nicht mehr flamen eigentlich und es ist schade, dass die Leute immer noch das Alte im Kopf haben und sich auf das raus sich dort drauf beziehen. Aber ich nehme es ihm nicht so böse. Und das ist aber ernst gemeint, der Typ, der Tyler, ist weg gewesen, hat lange, wie heisst es, in YouTube andere Videos gemacht, nicht nur noch LOL und hat gerade letzte Woche oder vorletzte Woche noch in einem Podcast mit zwei anderen Pros geredet. Er hat eingesehen, ja, ich habe mega viel Mistakes gemacht und ja, ein normaler Spieler wird es vielleicht nach der ersten oder zweiten Band sehen. Ich habe halt 20 gebraucht, aber so ein bisschen auf ein Idiot und so. Aber er hat es schon seit eingesehen, hat sich verbessert und bla bla bla. Und das ist das, was es doppelt so schlimm gemacht. Der Employee hat sich gar nicht mehr darum gekümmert, sondern er ist einfach nur noch fix auf seinen Dings gewesen. Oh, das ist ja mal ein Anschlag gewesen, bla bla bla, ne 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 ne. Und das ist einfach dauerig. Und eigentlich habe ich es satt, ständig über das, die ganze Zeit zu diskutieren. Aber eben, wie du gesagt, das Internet lasst einen nicht im Stich und einer nach dem anderen läuft mit den Fettnäpfchen. Ja, jetzt liegt es halt an Wright. Schauen, was sie machen mit ihm. Ich nehme an, er wird wahrscheinlich seinen Job verlieren. Sie haben gesagt, es wird intern irgendwie etwas passieren. Ich weiss es nicht. Ich kann euch ja in zwei Wochen wieder darüber informieren, was passiert ist, was bis dahin etwas passiert ist. Und ansonsten, kann ich euch nur mit den Worten, dass ich von letztem Mal mehr oder weniger entlassen, ey, benehmt euch so, wie ihr gerne würdet haben, dass sich die anderen Spieler auch euch gegenüber benehmen. Anyway, bis in zwei Wochen und habt eine schöne Zwitserland. eSports.ch Powered by UBC